Ach, ist das schön gewesen. Hab ich jetzt wirklich alles befreit? Ne, die sind immer noch unter Kontrolle. Aber das Gebiet habe ich befreit. Oh yeah. Das sind schöne Gebiete, die wir befreit haben. Und hier haben wir sogar schon zwei... Ne, ein Gebiet? Ne, zwei Gebiete haben wir doch hier schon befreit. Genau, eins, zwei. Ja, es sind bloß noch ein paar kleinere Gebiete wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich das schwerste. Da waren echt viel. Haben wir hier noch die Stadt? Da geht mal hin. Und wir freien die Stadt. Ach, das war doch schön. Das ist wirklich wichtig. Wir müssen uns sofort treffen. Was? Ich muss hier noch was machen. Ich komme gleich, Mario. Ich werde noch ganz schnell diese eine Sache erledigen. Okay, Mario. Diese eine Sache. Die ist wirklich wichtig. Oh, schön. Ich finde das schön, wenn es so Nacht ist. Wenn dann alles so leuchtet und alles. Aber irgendwie ist hier in dem Spiel fast immer nur Tag. Das finde ich total komisch irgendwie. Die Nacht scheint kürzer zu sein, habe ich das Gefühl. Jetzt kommen doch die ganzen Lichter, tauchen jetzt noch langsam auf. Die werden jetzt langsam angemacht, weil es ja langsam schon so spät ist und so. Und dann tauchen die halt auf. So. Ein bisschen Schwung holen. Kann man immer gut gebrauchen. Und dann werden wir die Stadt befreien. Und dann geht es ab zur nächsten Mission. Mit dem Mario. Das ist nämlich irgendwie eine total wichtige Mission, die der Mario da hatte. Ach komm schon. Lass mich doch mal irgendwo ankrabbeln. Krabbel, 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 krabbel. Komm. Yes. Was ist das denn hier? Moment. Da muss ich mal kurz gucken. Oh. Mist. Ach so. Jetzt mal hier drücken sollen. Oh Mist. Ich hatte jemand im Visier. Nicht gut. Oh scheiße. Weg hier. Weg hier. Mist. Ich hänge irgendwie fest. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Hä? Wieso ist denn der im Visier? Ja, ist ein bisschen nervig jetzt. So. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Jetzt mal wieder ordentlich ballern hier. Geht doch. Ja, geht alles kaputt. Gebt mir mal eure Muni. Ich weiß, dass ihr gute Muni dabei habt. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Die Lage ist doch nicht eskaliert. Die ist wunderbar. Easy. Komm explodiere. Du bist jetzt auf meiner Liste. War das schon alles? Das war schon alles. Yeah. Also das war jetzt einfach. Jo, hallo. Ihr habt euch aber schnell hier aufgebaut. Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Tja. Da ging aber echt schnell. So, ich wollte aber eigentlich da drüben hin, ne? Hier. Da wollte ich eigentlich hin. Da ist ja noch der Wegpunkt. Ähm. Ja, da unten. Hui. Ja, war doch ganz cool. Mal ganz nebenbei mal gemacht. Weil die Stadt wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Ich glaube, ich fange diesmal direkt mit der Polizeistation an. Ich werde da direkt reinfliegen. Ja, nicht ganz direkt reinfliegen. Ich werde von oben beballern. Komm schon. Geh kaputt. Wo ist der... Generator? Ist ja doch immer ein Generator da drin stehen. Diesmal sehe ich mal ein Schein. Da ist er noch. So. Na ja, die Tür wollte ich doch gerne machen. Tja. Nein. Du rufst niemanden an. Hier ist nie einer gewesen, Leute. Hier ist nie einer gewesen. Merkt euch das. So. Hacken muss ich noch irgendwo. Gehe ich von aus. Nee, muss ich nicht diesmal. Alter, wieso halten sie sich hier aus? Wir haben gute Rüstung. Aber keiner von denen hat irgendwelche Granaten einstecken. Was soll denn das? Übrigens habe ich noch irgendwo ein Dings gehabt. Oh shit. Ich muss weg. Wow. Boah, Alter. Das war knapp, du. Das war knapp. Oh shit, du kriegst den da schon wieder. Gut. Das wärs. Und tschüss. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Wieso denn das? Das gibt doch gar keinen Sinn. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Und raus mit ihr. Wo ist denn das Drecksding da? Boom. Aber danke für den Kopf da auf jeden Fall. Das macht die Sache noch ein bisschen einfacher. Was, Alter? Wie lange überlebt? Was? Was? Ernsthaft? Hä, wie können die das überleben? Hässtliche Figur, ey. Das gibt's ja gar nicht. Wie können die das überleben? Keine Ahnung. So, das ist jetzt gut über jeden Fall. Oder auch nicht. Bei den Stricke kriegen das Ding kaputt. Stricke, Mann. Na, endlich. So, wo haben wir denn jetzt hier mal ein paar Sachen? Wie zum Beispiel Lautsprecher. Oder irgendwo soll noch angeblich ein Benzintank sein. Da ist noch ein Lautsprecher. Okay. Natürlich sind wieder irgendwelche Plakate irgendwo. Die Plakate sind aber sehr nervig. Aber man hat schon eine gewisse Routine drin. Also, man weiß ungefähr, was man machen muss. Habt ihr ja gesehen, wie schnell die Polizeistation da eingenommen war. Das ging eigentlich recht flott. Mal ein bisschen gucken, ob ich noch was finde. So ein Plakat oder... Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Scheiße. Wo ist der Helikopter? Rechts von mir. Wow! Na ja, kommt schon! Yeah! Hoppiss dich! Ich bin sowas von bereit. Das hier gehört, das ist meine Stadt jetzt. Da ist noch ein Ding. Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Zielperson eliminieren. Okay, das hat sich auch erledigt. Spiele Helikopter oder was? Nee, plus Bootgruppen. Die interessieren mich jetzt nicht ganz so krass. Ich würde eher interessieren, wo die andere Lautsprecher sind. Hier gibt es ja gar keine mehr. Es gibt jetzt nur noch das hier vor mir. Das ist immer noch ein Fass irgendwo. Wird mich verarschen. Habt ihr alles weggepumpt? Bestimmt unter dem Zelt. Na gut. Vielleicht aber auch nicht. Ganz schön dicke Panzerung. Was wollte ich denn da irgendwo? Scheiße. Nein! Was macht ihr denn hier? Habt ihr gekuschelt, hä? Wart ihr am Knutschplatz hier? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Man, so ein Knutschplatz. So, also was will der jetzt noch von mir? Das Ding ist einen Transformator, ist das. Den habe ich echt übersehen. Ich sehe den immer noch nicht. Da war er doch nicht so krass auf mich. Ich muss ja hier ein Transformator sein. Ist irgendwo versteckt, die Schweine. Hier ist keiner. Wo ist das hier oben? Wollte mal, das ist ein Eigner. Ne, oder? Ne? Was? Was? Wieso? Hä? Wo soll denn hier ein Transformator sein? Dieser hässliche Transformator, das gibt es ja gar nicht. Haben die den versteckt? Ist der Transformator irgendwo auf dem Dach oder so? Das gibt doch gar keinen Sinn. Japp. So, hier auf dem Dach wird er nicht sein. Das wäre irgendwie komisch. Da ist er doch. Er ist noch ein Helikopter. Würde ich mich verarschen? Boah, nicht auf mich schießen, Mann. Lass mich mal kurz rein. Eine Raketen kann ich gut gebrauchen. Ich habe hier einen Transformator, den ich zerstören muss. Nice. Nein, nicht konkreifen anrufen. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. So, jetzt nur noch die Flagge holen. Ja, die hole ich mir da. Yeah, nochmal ein bisschen kaputt gemacht. Und jetzt dieses Gebiet. Äh, die Flagge ist da drüben. Huh. Ich habe mich ein bisschen verguckt. Denn dieses Gebiet ist gereinigt, meine Freunde. Also nicht das Gebiet, aber die Stadt. Das Gebiet hat noch ein Ding, das ich noch befreien müsste. Yeah, eine Garage freigeschaltet. Seidenstraßensprint. Hm. Immer diese Sprinten alles. So, ich glaube, wir könnten das noch wagen, das Gebiet komplett zu befreien. Wobei, da müsste ich jetzt erstmal wieder... Hm. Wo ist das letzte Gebiet? Unentdeckte Siedlung. Nein. Nicht schon wieder so eine kleine unentdeckte Siedlung, wo kein Schwein weiß, wo die sein soll. Die kann hier sein. Ich fliege einfach mal dahin. Kann ich mir ein Helikopter bringen lassen irgendwie? Habe ich noch ein bisschen was? Ich habe ein Leuchtsignal. Dann hole ich mir jetzt ein Helikopter. Und zwar den hier. Wobei, was ist mit dem? Ne, der fliegt einfach... Womit, daneben gibt es doch Geschwindigkeit. Ne, dann machen wir den. So. Ja, ansonsten passt schon. Wobei ich mir gerne noch die Waffe geben würde, weil... Ich brauche Munition. Was war denn das für eine? Das war doch die... Die hier. Die dicke, fette, geile... Und da bin ich rechtlich mit den Waffen rum momentan. Oh, wir haben jetzt hier auch was Neues. Oh. Ach, wenn man runter scrollt, sieht man ein bisschen was. Ich verstehe. Gut. Dann Z wie anfordern. Naja, hier ist Platz. Ach, shit, für ein Helikopter ist ja wenig Platz. Ups. Wir werden sehen, was passiert. Oh ja. Na, klasse. Ach, Tetschi, wie blöd bist du denn? Aua, dann werde ich ja noch fahren. Oh Mann, das ist nicht mein Tag heute. Die Javellos-Männer wurden aus Alberto Pero vertreten. Viva la Revolution. Hä, wieso muss ich die Waffe austauschen? Hä? Habe ich nicht die? Das ist doch die Waffe. Komisch. Da kann ich das Ding auch fliegen, oder? Ne, ist aber kacke, Mann. Das ist ja jetzt scheiße gelaufen. Mit dem Helikopter hätte ich ein bisschen mehr machen können. Was ist mit den Leuten los? Oh, 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 oh. Oh Mann, ey. Können wir Glück haben? Wenn wir Glück haben, dann ist das das. Dürfte auch in dem Gebiet noch sein, hier. Auch wenn das jetzt durch den Tunnel ein bisschen anders aussieht, oder so erscheinen mag. Und, ja, doch. Das ist was zum Kaputtmachen. Perfekt, Leute. Habe es doch gewusst, ey. Hallo. Was haben wir denn hier Feines? Was ist denn los, Jungs? Gib mir mal dein Raketenwerferzeug. Nein, darauf zu labern. So. Okay, dann freuen wir uns natürlich. Oh, yeah. Was? War nur eine Rakete? Na ja, das ist ja auch, das ist eh nur so ein leichtes Ding hier. Da hinten sind die anderen. Und hier ist auch noch was. Sätzliche Truppen sind unterwegs. Und vom Bomben. Alter, wo hat der Elektriere auch? Die Zentrale. So, ein Tankloch sind schon unterwegs zu euch. Na, du schießt denn da hin? Und meins, alles meins. Yeah, das war ja easy. Oh, yeah. Ja, haben wir alles befreit hier. Das gesamte Ding. Sechs von neun Provinzen befreit. Oh. Ja, warum antwortet keiner, Leute? Warum? Warum wohl? Warum? Ich weiß es auch nicht. Alter, was ist das für ein geiles Ding hier? Hm. Ach, was? Nice. Okay, Leute. Wir würden uns jetzt um die Hauptmission wieder kümmern. Da müssten wir uns darum kümmern, auf jeden Fall, um die Hauptmission. Also, machen wir kurz die Handbremse rein. Dann schauen wir mal, wo die überhaupt ist. Und irgendwann müssen wir uns auch mal wieder um diese Herausforderung kümmern, damit wir ein paar Mods kriegen. Das wäre nicht schlecht. Weil überall gibt es diese Knallfackeln. Ähm, hier. Wegpunkt setzt. Ach, du Scheiße. Wollt mich doch verarschen. Ist hier irgendwo eine Flug, äh, Flug, ähm, Herausforderung? Für ein Flugzeug hier drüben ist eins. Hm. So. Dann müssen wir halt fahren, Leute. Ganz einfach. Mit diesen halb kaputten Bucky. So, so sieht das nämlich aus, wenn man die ganze Scheißstrecke fahren müsste. Ey, die würde... Das dauert ewig. Oh, die fahren sogar rechts ran. Geil. Wenn man sie behupt. Aber warte mal, ich habe doch eine Signalfackel. Eigentlich könnte ich mir so einen geilen Kampfjet doch nochmal anfordern. Woher auch immer ich diese Signalfackel auf einmal wieder habe. Ähm, ich will keine Straßenfahrzeuge. Ich möchte... Ach, mit Steuerung muss ich das machen. Nein. Fahrzeug, Helikopter. Hä? Oh, den kann ich erst 35 Minuten wieder machen. Äh, ist ja blöd. Der ist von der Geschwindigkeit ganz gut. Blöd, der ein Signal... Ach so. Ich habe doch keinen Signal mehr. Ha. Ich habe doch kein Signal. Stand doch nicht was mit Signal eigentlich? Eins von eins? Okay. Signal gibt es hier drüben. Da holen wir uns einfach mal eins. Wum. Wow. Das ist ein Buggy. Das muss doch ja auch durch Land fahren können. Scheiß auf Straßen. Der Porsche auf Straßen. Hallo, meine Freunde. Macht mal ein bisschen Platz. Das ist ein Highway. Dann müsst ihr schnell fahren. Wenn der Buggy schon schneller ist als ihr. So, hast du verdient. So, hier können wir machen. So, gib mir mal eine Signalfackel. War das hier die Stelle, wo wir die abgeschleppt haben? Die Frau? Ich habe keine Ahnung. So. Rebellenabwurf. Helikopter. Den möchte ich haben. Und diesmal ein bisschen, wo mehr freie Fläche ist. Und da kommt auch schon das geile Ding. Und. Hey, Aquila. Bereit, ein paar unserer Kameraden zu befreien? Ein Truck in der Nähe transportiert Gefangene ab. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Es gibt ein Nitroschub. Was? Ich werde dir mal was sagen. Es ist hart, so gut zu sein. Hey, Begegnung abgeschlossen? Was? Ich habe... Was? Hä? Lol. Ich habe das... Ja, ich habe das geschafft. Ja, warum auch immer. Keine Ahnung. Hey, Leute, das laufen mir die Kopf da. Beschiss, Mann. Egal, wir haben jetzt... Unser Ziel ist jetzt hier drin hinten. So. Dann kann ich jetzt echt den Schub verwenden. Na, 100. Naja, 70. Nitro. Oh, yeah. Na, toll. Bin hier so viel schneller. Naja. Aber okay. Ist okay. Schießen kann ich nicht. Nitro. Geil. Und Nitro. Ja, ist schon ganz cool so mit dem Nitro. und so. Hm. Es wirkt aber irgendwie nicht wirklich schneller. Ich meine, das sind das 10 Kilometer pro Stunde mehr, wenn es hochkommt. Das macht es jetzt auch nicht fett. So. Na, wir machen jetzt hier, als wir wieder treffen, ja. Rammlinien-Sprint. Alter Falter. Also, diese Herausforderung, das wird echt interessant. Die noch zu machen dann irgendwann. So. Okay. Also, Mario, was ist denn jetzt dein Problem? Das würde ich gerne wissen. Zünn. Die noch zu machen. Die noch zu machen. J Chrinking. Das war esold.